Herzlich willkommen! Ich bin Khaled Bousan von der 13. Aus der Runde der Ausbildung der deutschen Bundesrepublik und der Kurs in die Märkte über das Leben in Deutschland und die Leben in der Allmähne. Das ist die Frage von der Beziehung. Und ich sehe die Frage von der Beziehung. Das ist sehr, sehr, sehr und sehr. Und ich habe das eine sehr, 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 sehr. Wer bildet den deutschen Bundesrat? a. Die Abgeordneten des Bundestages. b. Die Minister und Ministerinnen der Bundesrepublik. b. Bundesregierung. c. Die Regierungsvertreter der Bundesländer. d. Die Partei Mitglieder. Das ist sehr, sehr, sehr. Die Bundesrat, die Bundesrat. Die Bundesrat. Was ist die Bundesrat? Was ist die Bundesrat? Wer bildet? Wer ist die Bundesrat? den deutschen Bundesrat? also wer ist die Bundesrat? gene Insel tenido eine葬 namesft paddle? also Wer wird die Bundesrat werden? Oder Wer über das der Bundesrat – die Bundesrat? denken wir. in die Bundesrat? die Bundesrat. Das ist auch die Bundeslücke für die Bundesrepublik. Nämlich Boddenlager ist nicht der EU, warum er die Bundesrepublik nicht besteht, aber das sei den Bundesrepublik , wir brauchen die Bundesrepublik, die Bundesrepublik. Die Bundesrepublik ist übrigens może die Bundesrepublik im Finanzierungs- und die Bundesrepublik ein Bundesrepublik, den Bundesrepublik, und wenn es nur Bundesrepublik ist, dann wird erила er um die Bundesrepublik, so kann ich das Bundesrepublik, aber nicht, die Bundesrepublik ist, Ganz sicher, dass der Bundesrepublik Die Regierungsfraktionen sind die Regierungsfraktionen der Bundesländer in der Bundesländer. Die Regierungsfraktionen sind die Regierungsfraktionen 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 der Bundesländer.